so die autos reparieren sich im übrigen immer selber so unterwegs so ein bisschen so ganz so ganz langsam auch die die lackschäden das ist ganz visuell genau visuell halt es gibt aber auch einen dauerschaden den man hat den wir haben ja das ist so ein bisschen mit der mit der visuellen reparatur ist so ein bisschen wie aus dem film boah wie ist das denn noch mal herr der ringe nee nee da gab es unseren horrorfilm von sieben kind wo das auto sich immer repariert hat automatisch ich weiß gar nicht mehr christine oder so christine war es glaube ich so jetzt reisen wir einmal zu den mountain states und zwar zu greystone ruine da müssen wir mal gucken wo die haben so was sagt die community flexi und sven gruselfaktor ja der liebe g sven auch hier bei mir dann der würde mich gerne besuchen kommen heute ich schau mal eben habe ich denn sankt sankt george wo ist denn wo haben wir denn die da die gary stone oder greystone ruine blitzreise bester film auf jeden fall tolfine brust vor allem ist das lustig wenn ich wenn die stoßstange so herunter hängt dann sieht das wirklich aus das auto repariert sich so ganz ulkig so jetzt wähle ich mal was wähle ich denn ich wähle mal als auto könnte mal die ich lass mal die community entscheiden bmw z4 lamborghini abrad 500 ja ford mustang gt fastback viper ist martin ford raptor charolette corvette bmw m5 pargani ferrari mini cooper dodge charger ruf also porsche dodge ram dodge charger bentley hammer hammer war auch da silverado ford focus deutsch challenger mcleren mercedes benz shelby also mal hallo hot rod nissan skyline könnte mal auswählen wäre während dessen werde ich mal eben die anderen jahren weil die mir mit der ruperei auf den senkel gehen nein ich werde eben wird eben ach so moment ja ja ich habe endlich einen annehmbaren und vor allem umlackierten straße jetzt muss ich mal gucken wo das ist ich muss mal eben kurz schauen da ist es erster film gewesen den ich je gesehen hatte okay ich guck mal wenn ich die christine ist der erste film ein trauma fürs leben so was nehmen wir denn für ein auto ich habe was klassisches nehmen was klassisches ich mir aber erst noch den shelby gt 500 holen und pünken ich habe was klassisches mein liebling was kommt der deutsch der hammer der hammer so elmann schön dort formen das ist performance so auch meine koppel ist auf mich dann wartet auf mich dann hole ich mir schnell den shelby gt 500 wir können ja warte mal ich kann mal eben kurz gucken brauchst du gar nicht aufpimpen denn wir werden mal ich werde mal eben kurz in die prämie noch mal reinschauen und zwar gibt es so einige sachen die man mit der serienausstattung noch machen muss überhole tausend fahrzeuge und sowas alles muss ich noch machen und driften mit dem auto das kommt ja während der fahrt das heißt dann werde ich jetzt hier ein serienfahrzeug auswählen habe ich die bullen gerade am arsch glaube nicht obwohl ich den typen geräumt jetzt muss ich mal kurz gucken wo habe ich denn den dieser als serie ich habe auch gar gar nicht wie großartig farbe die kann man ja bei der serie ändern ja man ja wo alt ist das klassisch auch kannst du kannst du sogar zweifarbig lackieren okay aber ich finde es wirklich aber hast du auch irgendwie so unseren alten klassischen serien so zum beispiel noch nicht ich sag schnell ich geh schnell ins hauptquartier und hol mir den shelby gt 500 okay ja hol ihn dir eben beim händler den 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 impala mal gucken ja den parla dann hat jeder dann hat jeder was anderes und ich werde ihn so lackieren wie den shelby gt 500 den ich letztens auf der straße gesehen okay schwarz mit viel was noch muss leider los bis demnächst ja was gut danke dass du da gewesen bist painkiller kauf rein lass krachen genau die serienautos sind auch sehr schön sehr detail genau gestaltet in dem spiel ja ich finde auch also das ist ja eigentlich im prinzip ist ja quasi so ein bisschen der nachfolger von test drive unlimited 2 falls einige das was sagt und da gab es ja gar nichts mit tuning da hat man ja nur die serienfahrzeuge gefahren und ich finde das ist so ein richtig so oldschool mäßig wenn man jetzt mit den serienfahrzeugen fährt das lässt das alte tdu herz von mir wieder aufliegen kann man sagen und da ist man dann mit serienfahrzeug oder was ja da hat man den mond der geht kann auf fährt gleich wieder ein bisschen cockpit wieder fahren lasse ich mich dann lasse ich mich nicht lumpen ist diese alten anzeigen und klasse hebe hoch den humpen ich gucke dich an ich habe frische malz ich habe noch mein auto hier du stehst ja mitten auf der straße streitet euch nicht jungens ja ich nicht ich nicht jetzt jetzt fährt er aber nur in der karre weil er nicht einparken ok hast du jetzt shelby geholt ja der der ist das ist ein auto das ist wunderschön das ding wie lange brauchst du noch ich bin noch am überlegen ob ich ihn nicht gleich auf performance raufpimpe und ihm alles drauf was ich habe jetzt nicht naja jetzt kommt es so schön war genau jetzt kommt es nicht so dass sie mich noch bewusst anmalen lasse mich noch anmalen ok mit serienwagen kann ich nicht an mal komm jetzt hier hin habe ich dir gesagt ja ich bin auf dem weg schätzelein rücken habe ich ja rücken habe ich auch schätzelein ach schätzelein dann trinken wir erstmal korn eben pizza machen lecker was für eine pizza lecker ich habe auch hunger pizza geschmack pizza tanke pizza tanke war mein großes thema in der let's play live show ich weiß gar nicht wer damals damit angefangen hatte da wurde einfach mal in den raum geworfen da war auch wieder das thema essen und dann hat ihr in einer reingeworfen pizza tanke ich habe gesagt boah ich werde mir nie eine pizza eine tanke holen weil die zu teuer ist so von mir aus können wir fahren bei der fahrt ja fahr erst mal den wegpunkt berühre die sehenswürdigkeit ja ich komme gleich also ich erscheine gleich du kommst gleich hi patrick du wirst gleich auftauchen berühre die sehenswürdigkeit fahr den wegpunkt entlang du taust gleich auf denkt alles ist so ein schönes auto denk an die sehenswürdigkeit geiler sternhimmel er sei doch nicht wie ist das den geilsten sternhimmel überhaupt ja und wir fahren mit unseren geilen oldschool mobilen hier rum das ist so richtig klassisch jetzt gerade hier so waa das war noch das war noch zeiten das stimmt das war noch zeiten aber die sind nicht schnell ja das ist mir egal stellen sind wir nicht aber es ist dann hast du die die den wegpunkt berührt oder den ding ist die sehenswürdigkeit das war mir so klar das ist gut dass wir das jetzt aufgefallen ist ja wo ist der denn wo ist der komm fahren und warten komm ich fahr eben zurück kommen du den stream zuschauern das nicht an ich tue den stream zuschauern das an eben zurückzufahren folge mir einfach banane schuld banane ist schuld banane ist schuld dass wir jetzt wieder zurückfahren so ihr dürft alle auf ihn schimpfen ich will euren hass spüren genau so ich liebe dieses holzlenkrad hier in der karriere das hat der dinge vom das hat der deutsch auch so nur mexico will ich haben ich muss ja auch mal wieder streamen und jetzt hier terminator böser böser banane hat super tux jetzt gerade geschrieben einen moment ich mach mal kurz auf mein handy den stream an damit ich den zorn spüren kann so du sollst jetzt hier kommen man ja umso mehr zorn so wir wollen ja jetzt hier so ein bisschen klassisch rum jetzt juckt mein auge auch noch heute ist ein gewendet wenn ihr nicht noch was anderes juckt dann ist dann okay da oben seht ihr übrigens gerade ein flugzeug fliegen ja am himmel i believe i can fly oh gott bitte nicht bitte hör auf zu singen nein bitte nicht für dich zu glauben banane bleibst du ich fahr gleich ohne dich ich komme ich komme also ich erscheine ich komme ich komme ich komme sagt man normalerweise nur im schlafzimmer so das war mies so da war richtig mies entschuldigung erst beim radio antenne bayern einschalten das war rock antenne classic rock hier ja dies wenn du das auto ist gold das stimmt vorher mal bei mir gewesen ich hab's gesehen ja sieht schick aus dann setzt aber neuen wegpunkt damit ich auch weiß wo ich hinwiesen muss ach siehst du den nicht oder was im moment nicht hast du ja ich setze noch mal den wegpunkt wir werden niemals da ankommen wir werden niemals bis 22 uhr ankommen wenn es so weiter geht ja das habe ich auch so langsatz gefühl fähigpunkt setzen ich bin jetzt meiner träume danke dass du wartest siehst du jetzt aber ich fahr dir jetzt einfach hinterher ich komme wieder um es wird gesungen was habe ich verpasst ja believe i can fly hat rené gesungen banane musste umdrehen ich kann noch ein bisschen was anderes einwerfen also nein bitte bitte nicht nein bitte bitte tu uns das nicht an ich sage es technisch meine ich natürlich nein ich meine es ja auch keine macht den drogen danke in der crew konnte es auch einpassen ja keine macht den banane keiner macht den bananen banan bananana ganz ehrlich banan banan ist das metamaß ich habe ja ich habe in der nacht schwäche stimmt ja ich sehe ja im spiel in spielen sehe ich nachts nicht auf im real life da sehe ich die straßen aber hier habe ich echt probleme machen scheiß scheinwerfer an zwei werfeis an den rgb bereich wieder auf ich versuche immer x zu drücken für die aber es geht ja nicht ja dann kommt dann oben über serien fahrzeuge besitzen kein nitro ne kommt man mir nicht das sah gut aus was er da gemacht hat ja machen jetzt wieder so verkackter hey singen beutetest mit dem serienfahrzeug kriege ich da dann auch in ja du kannst auch du musst du musst mit den serienfahrzeugen musst du geld verdienen in tests kriegst auch eine premiere äh singen wir sollen singen nein ich singe noch nicht also in the navy lalalalalala in the navy ich war aber gerade mit dem kumpel was trinken und jedes lied das gekommen ist haben wir mitge- ich will nicht sagen gegrölt weil ich kann es ja ich kann ich kann niemals in new york ich war noch niemals richtig frei ja vergessen ja und weiter weiß ich nicht und weiter weiß ich nicht auch ist das schön klassisch jetzt hier das uhrer was macht ihr säcke und prost darauf muss ich erst mal ein trinken darauf muss ich jetzt mal trinken dass du so singst damit ich das wort aushalte oh ja also leute immer schön einschalten samt ja freitag samstag 20 uhr live singen mit banane aber nicht hier aber nicht hier vielleicht vielleicht bei seinem stream genau nicht auf dem kanal ja freitag samstag 20 uhr play live show was er schießt mit autos da vorne der hat wieder 20 abonnenten dann ja jetzt in jahre jetzt habe ich jetzt habe ich schon fast 30 schon deabonniert und dies gleich gegeben dann alle zu mir dislike erst mal gegeben das gibt einen dislike du opfer auch nein das ist ja laterne die man nicht umfahren kann na toll super ich treffe die einzige laterne oder beziehungsweise den mast den man nicht umfahren kann ich es gibt millionen masten hier oder beste was er merkt euch im messen masten masten ja ich bin auch ein mast ihr seid echt zu genial ich hatte gerade ein mast crew ich war aber auch dagegen ich war auch dagegen okay ich bin so ein bisschen das macht voll fun mit den serienfahrzeugen mit diesen klassikern ja mann kommt ab 22 uhr erlieren oder oder flex ja wie gesagt ihr könnt entscheiden was ihr sehen wollt für eine horre titel ja auch nicht jetzt zu gucken wie man scheiße bauen outlast nein ab 22 uhr ist so dass sie nicht aber jetzt nicht ja anfangen hier dass ihr jetzt entscheidet was im stream läuft bitte ja das publikum kann ja mal entscheiden ob sie uns beide vollhorsten noch mal in der lpls sehen ich habe keine ich habe keine prämie bekommen habt ihr eine bekommen habt ihr eine prämie bekommen ach scheiße ich glaube ich habe nichts zu können scheiße ich habe ja auch als interface aus kann ich auch gar nicht sehen bin auch eine banane ja entschuldigung 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 ja dass sie eben weiter ja können wir auch machen ich schaue mal eben auch die auf die prämien da kacke ich mich wieder ein ja moment ich schaue mal eben bei prämien gebiete und zwar sind wir jetzt im mountain states gary stone ruine und meser werde ab ja sind wir doch gefahren wieso zählt das denn nicht ja bekommst du dann pickel am kind hier bekomme ich nein willst auch haben ich komme ich komme demnächst ich komme demnächst ich komme demnächst zu dir und dann setze ich mich mit meinem pickel in dein gesicht ganz ehrlich so ich habe an meinem geburtstag den tattoo termin weißt du ich werde mir auch noch dein gesicht tätowieren lassen einfach als ehrerbietung weißt du und in so einer coolen schrift lpls forever jetzt muss ich mal kurz schauen lasst mich mal eben kurz hier nachschauen wo ich die wo war damit nochmal die geisterstadt aber ich weiß halt nicht ob der tätowierer einen affen so gut hinbekommt dann komme ich nächstes mal zu dir und tätowier dir eine fette banane auf dem arsch mit pfeil nach innen so herrte aufschauen Mist wo war denn nochmal diese können wir mal bitte das wieder ansonsten mache ich gleich echt die party aus wir kommen wieder zum thema ja so lass uns mal die geisterstadt suchen ja die barstow geisterstadt obwohl ich sie irgendwie nicht als horror bezeichnen würde ja wo kommt die denn hin wo kommt so kommt die hin wenn ich hab's gefunden bin eben gesprungen prost ok prost wie gesagt irgendwie können wir gerne machen also hat das auch noch nicht funktioniert warum nicht so red kann ich nicht ich kann mich nicht importen wegen 30 metern kurz gucken wo die nächste geisterstadt ist das denn ich kann mich nicht importen wegen fünf metern für alle stimmig so ich habe den kommentierte gesetzt Broken получится ja lizardland setzen würde er nicht wenn er sehen möchte gerne also ich bin aufrode focus glaube ich so ihr habt mit punkt berührt oder die sehenswürdigkeit moment habe ich berührt diesmal ganz sicher ich auch komisch ist die prämien für nicht gezählt oder vielleicht ein prämienback vorhin weil ich hatte so viel auf einmal bekommen nur plötzlich durch nichts tun so wegpunkt ist gesetzt ich stehe in der richtigen richtung das war das war übrigens die die geisterstadt von barstow und wir fahren uns zur nächsten geisterstadt und geisterstadt die jetzt mal kurz auf meinen schlauen zettel gucken redlands geisterstadt fahren wir jetzt sind 24 kilometer zirka nein das mache ich nicht das kann man übrigens auch so zwischendurch machen so reali in den test und sowas alles aber kommt man dann halt medaillen und fahrzeugteile auto genau bessere teile fürs fahrzeug und wenn man die dann eingebaut hat dann wird natürlich das hat so schneller nicht besser auf der straße und so weiter und so fort etc pp sollte man also dann für jede klasse rené hinten rammen lassen genau bei dem davon fährst und scheißes gelände und das auch noch bei nacht ich sehe kaum was da habe ich jetzt ein teil bekommen das bringt mir ja bei meinem fahrzeug weniger punkte deswegen schicke ich das ins headquarter und dann war es das auch so wieder da hallo sökchen willkommen zurück wo bleibt ihr denn jetzt kommen wir nicht an mit ihr die fahrzeugwerte an das ist jetzt ehrlich ja ich prügel mich noch ein bisschen mit dem daniel gerade ach so naja brügel nennst du das ich mache ihm gar nichts ist ja eine runde wird traurig sein dass du in dem spiel einfach nicht sterben kannst ja das stimmt aber sie sagt du kannst mich gegen die wand fahren habe nichts dagegen ich grüße dich will ich herren und wegen dann hole ich vielleicht mal ein bisschen schönen guten abend und willkommen zur let's play live heute mit der crew prämien fahren im übrigen haben wir 21 uhr das heißt wir werden jetzt gleich eine kleine pause machen oder der fokus hat voll die mädchen hupe so ja ganz ehrlich der 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 fokus hat sich an als würden dreijähriger in eine faschingströte ja ist okay sag mal wie viel und bilden und bilden und bilden doch mal ja ich habe keinen bock mehr auf die mainstream kacke ich gehe off-road okay wir waren frage wird noch sofort nehmen ja du hast gelacht du hast gelacht ich habe dich alle ich schubst dich von der brücke ich bewerf dich mit warte bällchen bis du blutest genau so so off-road fahren ist hier gar nicht mal so geil weil dann fließt du eine scheiß klippe runter ja und da kommt auch eine brücke wo du drüber fahren musst deswegen solltest du doch lieber bei gelände bleiben ich sollte vielleicht doch lieber auf der scheiß straße bleiben oder so ich wollte halt den direkten weg fahrt ich bin direkt den direkten weg direkten weg wir haben es noch nicht 22 uhr nach eurem reden sagt ich habe nur gesagt er fährt den direkten weg weil du dabei wieder dabei steuers und und dir denken ausdenken da kann ich ja nichts für wenn du so komische fantasien wenn du so komische fantasien hast ehrlich ich sollte vielleicht mal dieses ansicht wechseln dann würde ich vielleicht nicht so bullshit zusammen fahren oh Gott hier schon wieder ein Raptor hinter mir ja der Raptor ist hinter dir Hi Shelly! Willkommen zu Let's Play Live Show schön dass du eingeschaltet hast schön dass du da bist Hallöchen Shelly Servus so wir machen wir machen nein wir fahren ein paar Priemen ab und ich fahr gegen ein LRW na super LRW na LRW ich sollte vielleicht nicht so viel saufen beim fahren also Wasser trinken Wasser trinken beim fahren Wasser aus der braunen Flasche Wasser ist einfach so ungesund ja das ist so schädlich so schädlich man so was aber auch for fuck's sake god was ich hab gesagt ihr seid schon ja 5 Kilometer wo bleibst du jetzt ja ich fahr hier seit 2 Stunden durchs scheiß Gebirge die erste Klippe hin und dann die zweite wir wären sowieso da du kannst ja dann ach jetzt hast du dich teleportiert ne ja jetzt habe ich mich teleportiert ich brauche die Prämie jetzt nicht welche Prämien ja wir fahren die ganzen Sehenswürdigkeiten haben möchtest du vielleicht mitfahren Shelly hast du vielleicht Lust darauf weil wir haben dann noch ein paar wir haben noch ein paar vor uns ne wir fahren halt immer die ganze Sehenswürdigkeiten gerne in die Party ein wenn du willst ja so wir haben dann 6 Kilometer gleich noch vor uns also ganz schön lange wie wir jetzt wie viel waren es insgesamt ich glaube fast 30 waren es ne 28 glaube ich ok jetzt hole ich auf jetzt hole ich auf jetzt holt er auf jetzt hat er sein sein Bentley ausgepackt oder so ja mein Ren Bentley wollte ich gerade sagen woher wusste ich das nur ich habe da so immer so eine komische Vorahnung ja ich glaube ich habe es dir auch nicht davor gesagt dass das mein Lieblingshaut ist nein ne das habe ich nur nur hundertmal erwähnt so lange mal subtil erwähnt ja genau so wenig genau so wenig wie du erwähnt hast dass du noch nie Batman und du in einen Raum gesehen worden bist ja ne na lass mal danke ok kein Problem was machst du ich bin Batman wiki wiki wonderland höre ich gerade läuft im Radio bei mir im Autoradio hin mal essen lass dir schmecken bei mir läuft einmal Barbie Girl einmal Barbie Girl der kommt auch noch das bist du manchmal ich habe echt ein super super Mix für dieses Spiel habe ich mir mal besorgt der geht insgesamt 12 Stunden also ne 14 Stunden 14 Stunden Musik in einem Mix komplett durch alt neu alles mögliche Haus Disco Rock Pop Salsa alles in einem Mix und vor allem ganz viel Ö ganz viel Ö ganz viel Ö ist auch da drin so und an der nächsten Sehenswürdigkeit bevor wir dann weiter fahren machen wir eine kleine Pause Färbung und wer Färbung 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 Seidebacher Neu Neu Seidebacher Neu Ich habe keine Tränen bekommen wieder Ja das ist ja auch dreimal fahren also drei Sehenswürdigkeiten Also alle Patrouwen auch fahren Ja, ich krieg's so ähnlich, weil ich einen Quick Jump gemacht hab hier in so'n Blitzreise. Aber das ist jetzt wurscht, hauptsache ich fahr mit euch. Da ist die Geisterstadt. Genau, Pipipause und anschließend fahren wir dann, ich setz schon mal den Wegpunkt. Guten Hunger Shelly übrigens. Ja, guten Hunger Shelly. So, jetzt muss ich mal gucken, wo der ist. Wo haben wir den denn, der müsste eigentlich... Nein, da ist er nicht. Da ist er auch noch gerufen. Ich auch. Keiner macht den Drogen.